Es ist Podcast, meine Kerle. Schönen guten Abend oder guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Und heute wieder mal mit dabei der Hauke. Hallo Hauke. Ja, hallo Michael. Grüße aus dem Norden in den Osten und an alle, die jetzt zugucken, zuhören oder das halt irgendwann aus der Konserve genießen. Ihr seid alle gegrüßt. Ja, wie man sieht, wir sind bloß wieder zu zweit oder für diejenigen, die es nicht sehen, wir sind zu zweit. Ja, genau. Und wir haben immer noch keinen Pappaufsteller. Nee. Wir hatten eine fixe Idee, aber die haben wir auch wieder an Akta gelegt. Aber vielleicht unter Umständen haben wir dieses mystische Rätsel des Verpixelns gelöst. Wir haben das Datenschutzproblem gelöst. Nein, das nicht, aber wir versuchen mal was anderes. Und irgendwie funktioniert das, beziehungsweise was komplett Abwegiges und scheinbar funktioniert es. Also wir haben vielleicht eine Lösung, aber wir können uns absolut nicht erklären, warum das so sein könnte. Aber mal schauen, vielleicht kommen wir irgendwann noch mal dahinter. Oder das wird so ein Running Gag so für die nächsten Folgen, wo wir denn vielleicht etwas darüber rauskriegen oder auch nicht. Ja. Wir werden sehen. Ja, zwei Wochen sind wieder vergangen. Der Jean ist nicht dabei. Der hat sonst immer angefangen mit, was hat euch die letzten Wochen so umgetrieben? Also ich würde ja schon fast sagen, du bist schuld. Ist ein steiler Ball, beziehungsweise ist ein harter Aufschlag, ging Richtung Lady Bird. Ja, also für diejenigen, die es noch nicht kennen, also ich bin drauf gestoßen über einen Artikel bei, ich sage jetzt mal limusnews.de, ich glaube, das ist richtig, wo über einen neuen Browser berichtet wurde, einen alternativen Browser. Der Lady Bird heißt wie der Marienkäfer und der in einem wie Alpha-Stadion-Element ist. Und 2026 soll die erste Alpha rauskommen. Also das ist noch relativ weit am Anfang. Ja, kannst du mal ganz kurz gucken, ob dein XLR-Kabel richtig drin ist? Bild ist scharf, aber jetzt haben wir einen komischen Ton. Nö, nö. Also von meiner Seite sieht es gut aus. Ah, jetzt hast du auch aufgehört zu Robotern. Ich wollte dich nicht ausbremsen, aber wenn der Ton stecht, das ist alles drauf. Wenn das Bild funktioniert, dann fällt da Ton aus. Irgendwas ist immer. Ja, Bildtonschere. Bis zu welchem Punkt war ich denn noch zu verstehen? Nee, du hast es gerade angefangen. Ich dachte, das ist jetzt nur kurz. Vielleicht fängt er sich von allein, aber Lady Bird von Linux News. Ab dann solltest du noch mal wiederholen. Also das ist ein neuer, alternativer Browser, der nicht auf anderen Engines aufbaut. Also nichts von Firefox übernimmt, nichts von Chromium oder sonst irgendwas. Wirklich das Rad nochmal komplett neu entwickelt. Mit allem, was wirklich dazugehört. Also da ist ein XML-Parser drin. Die haben, glaube ich, sogenannte eigene Bibliothek für SVG-Grafiken geschrieben. Und die ganze Rendering-Engine alles, also wirklich von Grund auf alles nochmal neu gemacht. Und das Ganze befindet sich im Prä-Alpha-Stadium. Und 2026 soll die erste richtige Alpha rauskommen. Und das habe ich mir mal angeguckt. Einfach bloß mal umzuschauen, ob das irgendwie interessant ist. Und da habe ich natürlich ein Video gemacht in meinem Kanal nicht. Da war es halt letzter Schluss. Und das ist eigentlich erstaunlich, was die da bereits auf die Beine gestellt haben. Was alles funktioniert. Grundlegend kann man damit viele Seiten schon rendern. Und CSS funktioniert schon ganz gut. JavaScript ist noch nicht so gut drin. Aber die grundlegenden Sachen, die funktionieren. Es ist teilweise noch ziemlich träge. Aber für das frühe Stadium, was sie da haben und ohne auf andere Sachen aufzubauen, ist es wirklich eine gigantische Leistung, die sie da vollbracht haben. Also ist insgesamt sowieso eine gute Sache, wenn man neben den zwei Großen vielleicht nochmal eine weitere Alternative hat. Das eine ist Mozilla. Was hat Mozilla für einen Status? Foundation? Oder wie heißt das? Foundation, ja. Und Foundation ist eine Stiftung? Ja, wenn mich jetzt meine Englischkenntnisse nicht verlassen, das ist eine Stiftung. Und auf der anderen Seite hätten wir ja noch Google, die Chromium, die Engine da drin im Chrome-Browser natürlich reinbringen. Und ansonsten haben wir nicht wirklich viel. Also ein bisschen WebKit noch, aber... Was macht der Safari? Ist der auch was eigenes? Safari ist WebKit. Ah, okay. Das kommt von KHTML, ist irgendwann mal geforkt worden, ist dann aus dem KDE-Universum so ein bisschen rausgelöst worden und WebKit heißt das halt. Ja. Wie gesagt, ich bin kein Apple-User, deswegen ist mir das alles relativ egal, aber vergessen sollte man so nicht. Ich denke, bei KDE gibt es doch, glaube ich, auch immer noch diesen Bowser drin, Conqueror. Ja, aber war das nicht ein leicht abgeendeter... Was war es, ein Firefox? Also aktuell ist er nicht mehr drin. Ich habe ja KDE mit dem Debian 12 als Arbeitsrechner. Da ist der Firefox ESR quasi immer noch dabei und kein anderer. Ach so, okay, ist dann raus. Ist, glaube ich, sogar schon eine ganze Weile nicht mehr... Nee, war das Iceweasel, der umbenannt wurde? Iceweasel war, glaube ich, der umbenannte. Das war aber KDE... Quatsch, nicht KDE, Debian-spezifisch. Mhm, genau. Okay, nee, dann Conqueror... Debian ja Änderungen gemacht hat, um den Browser unter Debian länger unterstützen zu können, ohne auf eine neue Version zu gehen. Und Mozilla fand das nicht gut. Dann haben sie gesagt, na ja, mach das halt. Aber ihr nehmt das Ding nicht Firefox. Darum hieß es bei Debian den Iceweasel. Ja. Ah, das ist auch schon länger her. Ja, ich glaube, das ist... nicht gerade in jüngster Vergangenheit passiert. Ach so, Midori. Oh, das ist eine sehr gute Einwand. Midori. Und war es noch drin, aber halt standardlich dabei. Okay. Aber was war jetzt Midori? Okay. So, was haben wir da? Also... GTK und WebKit. Basierend. So, der zunächst. Und... Mal gucken, worauf basiert der jetzt? Also, ich weiß nicht, ob da auch jetzt gerade den... Ach so, ah, da steht's jetzt. Seit 2023 wird GECO als Rendering-Software eingesetzt. Und GECO ist ja das, was in Firefox drin ist. Genau. Also, mehr oder weniger ist das ein Firefox mit einer anderen Oberfläche. Und, naja, das ist ja schon irgendwie klar, wenn du jetzt das Rad nicht komplett neu erfinden willst, dann musst du einen von den, sagen wir mal, drei großen einbinden. Und stülpst dem Ganzen eine eigene Oberfläche mit ein paar Anpassungen, die du gerne hättest, über. Aber du hast eigentlich nicht so die große Auswahl dabei. Denn hinter diesem ganzen Zusammenspiel, JavaScript-Interpreter, Grafiken richtig einbinden an die Stelle, dann HTML richtig parsen können und was weiß ich alles, das ist ein riesiges Dings. Und da wagen sich nicht wirklich viele dran, aus guten Gründen, würde ich sagen. Und bei dem Lady Bird, da machen sie sich jetzt wirklich die Mühe und tun das doch, obwohl sie genau wissen, das ist eine riesige Menge Arbeit. Gute Sache, auf jeden Fall. Willst du gar nicht drauf raus, warum ich gesagt habe, du bist schuld? Gut, oder hast du das nicht so interpretiert oder nicht so aufgefasst? Ich wollte eigentlich drauf hinaus, du hast deine initiale Info, glaube ich, sogar von Linux News zu dessen Existenz irgendwie bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann kam am Dienstag, das war am 9. Juli, dein Video dazu. Und nachmittag gab es dann den Artikel Hetzjagd auf Lady Bird Entwickler. Ja, weiß ich nicht, ob du genau dran schuld bist, dass du mir den Fokus drauf gelungen hast, ist jetzt natürlich komplett Spaß. Es würde mich sehr wundern, ich glaube, die Reichweite habe ich nicht dafür, wobei diese Geschehnisse ja wohl auch schon zwei Jahre her sind. Also eigentlich, ich weiß gar nicht, warum die diesen Artikel überhaupt da rausgegeben haben, eigentlich ist das doch schon wieder durch. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du dann doch die Reichweite, wo sie ach stimmt, Lady Bird, da kann man auch mal Schmutzwäsche. Ja. Wer weiß, ob der Ferdinand hier, der die Artikel zum großen Teil schreibt, vielleicht auch heimlicher nicht der weiße Letzter Schlussabonnent ist. Ja, komischerweise, also ich finde es ja sonderbar, wenn Leute das wirklich gucken, denen ich begegne, es ist teilweise wirklich schon so weit und da bin ich eigentlich, was, okay, du guckst das, also ich finde es immer noch erstaunlich, bei denen so viele Abonnenten habe ich ja nicht. Aber dann, ja, was wollte er wissen? Oder mit diesem Video, was, wie lange ist das denn jetzt wieder her? Also ich nehme ja meistens immer ein bisschen was auf Halde auf und dann wird es ja erst, also jede Woche gibt es ja üblicherweise ein Video. Und dann muss ich immer überlegen, Moment, was war da noch? Also das meiste davon ist dann ja auch schon wieder abgehakt und ist dann irgendwie weg aus dem Zwischenspeicher, abgehakt, gesendet, okay, und nächstes Projekt oder mehrere, gleichzeitige nächste Projekte sind es ja meistens. Und dann irgendwie, okay, gut, ach, du guckst das also, okay, okay, mhm, 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 ja. Du bist da quasi wie so ein Spambot, fire and forget, raus und weg. Ja, genau, ich muss da mal irgendwie weg, ne, also sind ja viele Sachen dabei, die ich entweder interessant finde oder mit denen ich mich eh beschäftigt habe. Und ja, ne, also Teil ist durch, wird abgespeichert und das nächste steht schon in den Startlöchern oder bereite ich halt den Parallel schon mal vor und mach sonst irgendwas. Also von daher, ja, genau, also andere haben das präsenter als ich denn in diesen Fällen. Ja. Ist irgendwie komisch, aber ja, ja. Hier wurde nochmal im Chat der Opera in den Ring geworfen. Gleich danach wurde, äh, ja, vermutet, dass der Chromium basiert ist. Ich glaub nicht sogar Chromium, sondern, äh, Chrom sogar. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ich, äh, ich bin mir auch nicht so sicher. Opera ist Chromium. Ah, ist Chromium, okay. Also meine ich jedenfalls, aber ich guck sie jetzt aber nochmal nach. Hab ich mich ganz lange nicht mehr mit beschäftigt, seitdem da so, äh, die Verbindungen nach China, ähm, bekannt geworden sind. Das ist, äh, mhm, fraglich. Ja. Äh, da. Aber ich hab das auch lange nicht mehr verfolgt. Hin und wieder gibt's ja bei Linux News oder Linux.ch so ein Artikel darüber. Es gibt jetzt wieder neue Versionen. Da guck ich mit einem halben Auge dann nochmal drauf. Und mehr oder weniger, ja, das ist einer von, von diesen Browsern. Also ist es ein geschlossener Browser, also der ist zwar Freeware, aber ist nicht offengelegt. Von daher hab ich relativ wenig Bedarf da dran. Ganz früher als Opera wirklich noch ein eigenes Produkt war, wirklich von der, ne, war das, waren das die Schweden damals? Norwegen, 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 ähm, hab ich den sehr gerne benutzt, war ein flinkes Ding, was wirklich gut funktioniert hat, war auch ein Mail-Client mit drin, fand ich sehr praktisch. Und dann haben sie sich ja irgendwann komplett über den Haufen geworfen, sind nochmal von vorne angefangen. Haben aber dann, ja, wo steht denn das hier? Also Qt? Verwendet das? Engine. Ab 2013 ist es auch WebKit. Achso, und, und dann später eben hat Opera dieselbe Engine genommen, die auch in Chromium drin ist, also Blink heißt die. Also. Als, als Engine. Ja. Ja, der User-Agent war, glaube ich, Chromium dann. Hm. Immer alles sehr, äh, wild. Und wo wir gerade dabei sind, Conqueror? Ja, guck, guck mal Conqueror, bis dahin kann ich die Frage stellen, wann endlich Opera GX Browser Nati für Linux. Es gibt auch unter Linux Gamer, die das vielleicht brauchen. Ei, Quatsch, keine Ahnung, das. Ich bin ganz froh, dass es diesen Gaming-Browser nur für Windows gibt. Was macht ein Gaming-Browser? Der kann, äh, RGB ansteuern. Und, äh, du kannst, glaube ich, beim GX, äh, den Tabs quasi maximalen RAM-Verbrauch überhelfen. Irgendwie so. Maximal anpassbar soll er sein. Mhm. Um das Benutzererlebnis noch zu verbessern, keine Ahnung. Also das fand ich immer sehr, sehr knuffig, wie sie einem das versucht haben, als das Ding der Dinger zu verkaufen. Aber der tut quasi auch nur Webseiten interpretieren, wie anderen dann auch. Und zusätzlich kann es noch LEDs farbig blinken lassen. Genau, wenn dein, äh, Rechner das unterstützt. Finde ich aber dann auch verrückt, dass der Browser dann so tief ins System eingreifen darf, dass er an die LED-Steuerung darf. Aber, ey, soll jeder machen, wie er möchte. Ah, es wurde auch heute schon bemerkt, dass du heute scharf bist. Ja. Wir haben vielleicht das Mysterium gelöst. Weil wir verrückte Sachen einfach mal gemacht haben. Sehr schön, dass das erkannt wird. Es fällt halt auf, wenn die Datenschutzeinstellung, äh, nicht mehr passt. Keine Ahnung. Hm. Oder vielleicht liegt es an dieser tollen Soße. Extra scharf. Vorher mit einschmieren und schon. Hm. Ja. Die Netzwerk-Siratscher-Soße, damit auch ihr Webcast sehr scharf wird. Oder man muss die Kamera damit einschmieren. Oder das, genau. Vorher die Blende voll aufdrehen und dann einfach mal so einen Beherzenspritzer rein. Vielleicht wird es da. Nein, keine Ahnung. Wie gesagt, ich fand das nur so interessant. Kaum kommt da ein Video raus, ob das geplant war mit diesem, äh, Artikel mit der, mit der schmutzigen Wäsche bei den Ladybird-Entwicklern. Ja. Weiß ich nicht. Ich, 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 ich fand's nur sehr interessant. Ja. Oder, äh, ja. Kommissar Zufall, wie man auch immer so schön sagt. Da, da tippe ich eher drauf. Also, denke ich mal. Ja. Könnte sein. Also, ich, ich, ich hab parallel nochmal geguckt nach dem, ähm, Conqueror und der Artikel, der bei Wikipedia drin ist, der ist schon ein bisschen älter und das scheint so, als ob das auf KHTML basiert. Und das, oder, KTML, ja, das gehört auch so in die Richtung, also, das ist quasi der Vorgänger von WebKit, aber ob das immer noch aktuell verwendet wird? Habe ich mir fast nicht vorgestellt. Hm. Das, das wäre ja richtig, ähm, verrückt. Also, muss man wirklich nochmal gucken. Also, ob man unser, so ein Plasma 6 nochmal den Conqueror hat. Ja. Deswegen wird das immer schwieriger mit Vailant, weil so alte Software noch unterstützt wird. Keine Ahnung, war jetzt eine sehr heiße These von mir. Obwohl, doch, der wird, der wird noch weiterentwickelt. Letzte Veröffentlichung ist vom, ähm, vierten, siebten, vierundzwanzig. Also, ach ja, genau, Browsen mit KHTML. Also, die haben, äh, den Vorgänger im Geiste von WebKit weiterentwickelt und der ist da drin. Wow. Wäre vielleicht auch mal interessant. Ja, interessant auf jeden Fall, aber ist ja dann auch eher ein Browser für Liebhaber, oder? Also, das stelle ich mir sehr abenteuerlich vor, weil ich glaube, der, der, ähm, User-Agent-Anteil an, an, wie, wie heißt es gerade, wie, wie hieß es, KHT... Äh, KHTML? K, äh, genau, KHTML, genau. Ähm, ist, glaube, sehr, sehr gering und ich glaube, wenig Seiten sind nativ darauf aus, den zu unterstützen. Und ich glaube, da, da muss sehr viel, ähm, ähm, Kompatibilitätsarbeit geleistet werden. Deswegen so meine Einstufung als Browser eher für Liebhaber, also, äh, weiß ich nicht. Man müsste es echt mal ausprobieren. Ist doch bestimmt mal was für deine Liste. Ich probiere mal aus und weiß vorher nicht, was mich erwartet. Also, die Sachen sind ja insofern für mich auch so ein bisschen interessanter, weil ich nicht weiß, was passiert. Das kann mir auseinanderfallen. Es kann sich komplett anders entwickeln, wie ich es eigentlich dachte. So wie dieses eine Video, was ich zu dem, die, so ein alternatives Betriebssystem in Assembler geschrieben habe. Wie ist denn das noch? Äh, wo, wo, wo denn irgendwann ein Kommentar kam, da ist aber ein Virus drin. Und dann habe ich dann geguckt und bei Virus Total mal reingeschmissen und so. Und das sagt wirklich, da ist ein Trojaner drin. Und dann habe ich das in Titel reingeschrieben, nicht ausprobieren. Eventuell ist da was drin. Und dann ging dieses Video ab. Ja. Also, so können sich solche Sachen auch manchmal verändern, ohne dass man es eigentlich wirklich will. Ja. Ja. Ich, ich fand nur interessant, wo du dann, äh, Ladybar gezeigt hast, auf welch einem, ja, ich möchte jetzt nicht sagen erschreckend rudimentären Stand, aber durchaus erschreckend, ähm, altertümlichen Stand. Also, das, das hat mich irgendwie von der Benutzeroberfläche so ein bisschen an Windows 95 3.11 verändert. Also, äh, das war noch sehr, 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 sehr weit vor der Alpha. Um es mal grob einzuordnen, so gefühlt, also. Also, aber es hat funktioniert halt, Wix. Äh, ja, also einstellen kannst du so gut wie gar nichts dabei. Und, also, es ist wirklich das absolute Minimum, was da im Moment an Oberfläche implementiert ist. Ich glaube, im Moment ist es denen auch relativ egal. Hauptsache, man kann eine URL eingeben und kann mal vor und zurückblättern. Und mehr muss es quasi auch erst mal nicht können, um die ganzen anderen Funktionen und Bibliotheken zu entwickeln und zu testen und sonst irgendwas. Das ist im Moment nicht so deren Fokus. Aber warten wir mal auf 2026, wie weit die dann sind. Ich denke, dann gibt es auch was, wo man ein bisschen mehr mit machen kann. Vielleicht Lesezeichen verwalten oder sowas. Das gibt es halt. Ja. Ich wollte nur sagen, da kann man so ein bisschen das Markus Rühl-Prinzip auch auf Ladybar ummünzen. Das muss nicht schmecken, das muss wirken, das muss nicht gut aussehen, das muss funktionieren. Ja. Das stimmt. Ja, also das war so eins von den Sachen, was mich da irgendwie so ein bisschen bewegt hat, aber auch relativ kurz. Einmal angeguckt. Also ich war insofern positiv überrascht, wenn man nochmal komplett neu anfängt, das zu machen. Ist es wirklich eine Menge Arbeit, die die reingesteckt haben und auch eigentlich schon eine erstaunlich gute Leistung, was da insgesamt rauskommt. Also ist kein fertiges Produkt, klar, aber ist auf einem sehr guten Weg dahin. Und es ist, also hat mich positiv überrascht. Finde ich gut, dass sie es machen und ja. Ja, also ein bisschen Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Wobei man ja auch sagen muss, wird es dann wirklich Konkurrenz sein. Also alles ist ja fast gefühlt Chrom, Chromium und wer ganz exotisch unterwegs sein möchte, der nimmt noch irgendwas Firefox-basiertes. Und alles andere ist ja schon nicht mehr Nische, sondern, keine Ahnung, also was ist nischiger als die Nische? Ich kann es dir gar nicht sagen. Wie ist der Speicherhunger bei Lady Bird? Konntest du das eigentlich eruieren? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, habe ich jetzt nicht gemessen. Also ich würde sagen, das bringt im Moment eigentlich auch wenig, da jetzt irgendwelche Benchmarks zu machen oder sonst irgendwas. Also bei dem Video habe ich auch relativ viel geschnitten. Also das sieht man auch. Teilweise habe ich auch wieder meine alte Schnecke ausgepackt, die so Pausen überbrückt. Aber ich habe sehr viel weggeschmissen von dem, weil es im Moment noch extrem träge ist. Also das ist ja eine Momentaufnahme im Moment, wie weit es ist. Und das ist nicht das fertige Produkt. Und von daher hat mich jetzt auch sowas wie, wie viel Speicher braucht das Ganze und sonst irgendwas, nicht wirklich interessiert. Das kann beim nächsten Commit wieder komplett anders aussehen. Denn als ich das nächste Mal diese virtuelle Maschine mit dem Manjaro wieder angeschmissen habe, gab es schon das nächste Paket, also die haben ja keine fertigen Pakete. Die haben ja quasi so Bauanleitungen da drin, sodass es aus dem Quelltext auf der eigenen Maschine neu kompiliert wird. Und da war schon das nächste Commit von dem Quelltext von dem Lady Bird drin. Da kann das schon wieder anders aussehen. Also von daher. Werden wir es einfach mal laufen lassen, das Projekt. Und gucken, wo sich die Sache, wo die Reise hingeht. In zwei Jahren wissen wir mehr. Und wenn ich mich dann noch daran erinnere oder es wieder einen Artikel bei linuxnews.de oder sonst irgendwo gibt, dann mache ich vielleicht nochmal wieder ein neues Video. Genau. Eine Frage, die ich einfach mal loslassen oder loswerden wollte. Warum hast du dich explizit für Manjaro zum Testen entschieden und nicht irgendwas anderes Arsch-basiertes? Also rein Interesse halber. Weil ich das schon mal benutzt habe. Ich habe für ein Raspberry Pi dazu ein Virtualisierungsvideo gemacht. Da hatte ich das eh schon mal in der Hand und das hat da funktioniert. Und dann habe ich das jetzt einfach nochmal verwendet, weil das schon einmal funktioniert hat. Und dann dachte ich, naja, wird das vielleicht auch auf x86 auch funktionieren? Und ja, ist hart. Also war vertraut und den Anforderungen genügend? Ja. Das war quasi der Punkt. Kam mir dann nur nebenbei so der Gedanke beim Video gucken, warum hat er denn jetzt einen Manjaro genommen und keinen Endeavor? Ja, oder direkt Arsch mit Arsch-Install ist es ja auch in Anführungszeichen relativ einfach installiert. Ja. Ich habe auch überlegt, ob wenn das nächste Pop-OS vielleicht richtig mir nicht gefällt, ob ich dann auch direkt auf Arsch-Linux-Wechsler dank Arsch-Install ist das ja dann doch installierbarer als noch zuvor. Also dann kann ich auch wie die coolen Kids sagen, ich benutze Arsch. Ach so. Mal nebenbei, ja. Sagen das die coolen Kids heutzutage übrigens. Naja, man muss ja immer zeigen, dass man Arsch-Linux nutzt oder es irgendwie sagen. Das ist so ein bisschen wie, boah, dann kennst du einen iPhone-User, er sagt es dir. Er wedelt damit vor deinem Gesicht rum. Ja, so ungefähr. Das scheint halt so ein, also was heißt, das scheint so ein Ding zu sein, das hat sich so eingebürgert in der Community so und so ein bisschen das Gehabe mit, ja, I'm using Arsch by the way. Was ja auch ein schöner Running Gag ist. Zeigt ja eigentlich auch, und das sage ich ja immer wieder, genau die Leute brauchen wir, die richtig zeitig neueste Software testen und verbessern, damit wir dann irgendwo in stabilen Distributionen wie Debian zum Beispiel wirklich Pakete haben, die gut funktionieren. Da muss es halt irgendwo auch Pioniere geben. Deswegen, also, Arsch ist eine super Sache, wenn man Zugriff zur einer ziemlich großen Varianz an Software braucht und, äh, große Varianz an Software, ja doch, braucht. Auch, war ich mitten im Satz gedanklich abgeschweift, das war nicht gut, ähm, ja, und die neueste, nicht nur eine große Varianz, aber vielleicht mache ich es auch komplett anders, da kommt gutes Debian unten drunter und dann doch mit Distrobox, weil es gibt ja Möglichkeiten, sich dann doch an Arsch zu bedienen und dem AUR und ach, das werden wir mal das Ganze hier nicht so, äh, ausweiten in die Richtung. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich wollte nur wissen, warum, warum hast du mit Manjaro gekürzt und, äh, das, das haben wir jetzt geklärt, das ist okay, so. Ich, ich dachte, du wolltest jetzt gerade den Absprung zu einem anderen Thema an der Stelle machen. Ich wüsste nicht, wohin, das ist mein Thema. Ach so, äh, ich dachte, du wolltest jetzt Richtung Fedora abwandeln, äh, abwandern und, ähm. Naja, das, das ist ja so ein Ding dazwischen, ja. Ja. Fedora Workstation 41 definitiv mit, äh, Wayland und Kaim X11 vorinstalliert. Da ist ja, ah gut, die Brücke habe ich jetzt nicht geschlagen, die machen ja quasi auch Pionierarbeit, ähnlich wie die, äh, Arch-Community und, und User. Ah, siehste. Das dachte ich, dass du darauf. Ja, ich aber nicht, da war das Problem. Okay. Aber, ähm, ja, auch, auch das finde ich immer sehr, sehr, ähm, richtige und wichtige Pionierarbeit, damit Wayland halt mal irgendwann wirklich zu dem Display-Server wird, den wir, oh, wie hieß es, wie kann man es jetzt sagen? Nicht wollten, aber immer brauchten, äh, äh, irgendwie so. Besser hab ich gern. Ich, ich überlege noch, was eventuell, äh, den, den wir nicht. Hm. Ähm, ja, ähm, der, der besser gewesen wäre, den wir aber nie zu träumen gewagt hätten. Ich weiß es nicht. Oder, äh, ja, also, äh, ist gut, wenn das in der Masse mal getestet wird, vor allem von Leuten, die, äh, vielleicht ein bisschen mehr leidensfähig sind, die sich ein bisschen besser, äh, selbst helfen können. Und, äh, die sowieso ja schon die Vorstufe für, äh, Red Hat, Enterprise, Linux sowieso immer gewesen sind, ist doch eine ganz gute Zielgruppe eigentlich, sodass das Ganze in der, also in natürlich einer kleineren Masse, aber in einer Masse getestet wird. Und dass dann hoffentlich auch genug Rückmeldungen kommen, um Probleme zu korrigieren, bevor es an ein noch größeres Publikum weitergeht. Also, es ist doch eine super Sache. Wir wissen noch nicht, dass wir Vailen wollen, ja. Ja, also, eigentlich hab ich schon Bock auf einen neuen Display-Server, auch wenn man ein bisschen was verliert, also mit dem XL-Forwarding oder ähnlichen, aber so oft benutze ich das nicht mehr, also, äh, eigentlich gar nicht mehr. Deswegen ist es eigentlich cool, wenn man dann doch irgendetwas nimmt, was neu entwickelt wird, was eine deutlich kleinere Code-Basis hat, die vielleicht leichter zu warten ist, obwohl man dann halt auch einfach mal wieder einen sicheren Display-Server bekommt, sag ich mal so. Also, es ist halt wirklich immer noch so ein, ja, so ein Leidensweg. Also, ich merke immer, wie ich Vailen ausprobiere und dann immer noch so an, ähm, ja, Endstationen rauskomme, also Screen-Share oder ähnliches in irgendwelchen Meetings. Das, ähm, da gibt's dann X11 Vailen oder Vailen X11, so als, als, ja, Krückenlösung, sag ich mal. Die funktioniert aber, die muss man dann halt auch mitunter einrichten, wenn das nicht die Distribution schon mitbringt. Das ist halt noch nicht, ähm, da sind wir wieder bei dem einsatzgeflügelten Wort, das ist noch kein rundes Benutzererlebnis, sag ich mal so. Ja. Finde ich halt schade. Und da ist es wirklich gut, dass wir jetzt, äh, sowas wie, äh, Red Hat und eben die Fedora-Community haben, die da, äh, wirklich, ähm, ja, verraten gehen. Und das wirklich in die Richtung treiben, wo es, ähm, hingehen soll im Endeffekt. Und das Schöne ist ja, Fedora ist ja auch schon vor geraumer Zeit wieder auf KDE als Standard-Desktop umgestiegen. Das bestätigt ja so ein bisschen meine These, dass KDE so die erste Desktop-Umgebung sein wird, die Vailen wirklich, äh, rund integriert und unterstützt. At Default. Vermute ich, dass da wirklich jetzt ganz viel Arbeit von, äh, von der Fedora-Seite auskommt. Ja, also wäre auf jeden Fall gut. Also, äh, ist, ist ja letztendlich auch eine, eine Alternative, die eigentlich kommen muss. Und, äh, von daher ist das natürlich, äh, gut, wenn es in der Richtung weitergeht. Und wenn es halt nicht schlechter ist, also von den, vom Funktionsumfang her, als was wir vorher hatten, das ist ja immer so das große Problem dabei. Wenn Funktionen, die du vorher gehabt hast, dann fehlen, auf die du angewiesen bist, dann ist das immer schwierig, ne? Ja, also XL-Forwarding ist eine tolle Sache, äh, benutze ich zum Teil über X2Go ja immer noch. Also, das dockt da ja quasi an, komprimiert noch ein bisschen, speichert ein bisschen zwischen, damit das alles ein bisschen schneller und fluffiger geht. Aber, ähm, so eine 1-zu-1, ähm, Ersatzlösung, die irgendwie anders funktioniert, aber vom Inhalt her dasselbe ist, die gibt es halt noch nicht. Also, jedenfalls, soweit ich weiß, gibt es die noch nicht und, ja, mal gucken. Hat sich eigentlich schon mal jemand Gedanken gemacht, was aus solchen Projekten wie X2Go wird, wenn Wayland dann wirklich der de facto Standard ist und wir jetzt nicht irgendwie so ein altes Frankensteinmonster noch unnötig lange am Leben halten, wie nun mal X11 ist? Was passiert denn, also jetzt wirklich mal, äh, einfach die These in den Raum gesetzt, oder was heißt die These, die Frage, mit, äh, X2Go, was passiert mit, äh, i3-Window-Manager, ähm, was gibt es noch, was, äh, X11 basiert ist auf die Schnelle, was mir einfällt, mir fällt nichts auf die Schnelle weiter ein. Ähm, aber, äh, was passiert mit solchen Projekten? Ähm, also X2Go, äh, ist dann weg. Also, äh, das setzt ja so tief in diese, in dieser Protokollschicht ran, äh, drin, äh, dass eigentlich der einzige Sinn von X2Go ist, als Kompressions-Cage-Beschleunigungsteil, äh, dazwischen zu sitzen, auf der Leitung, als, als, als kleinen Serverlösung, damit das besser geht, das ist eigentlich die Daseinsberechtigung dafür. Es gibt zwar noch ein paar andere Sachen drumherum, also, dass, äh, Sound weitergeleitet werden kann, dass du auf entfernten Druckern drucken kannst, und, ich glaube, Dateifreiergabe, äh, gibt's auch noch irgendwie, aber eigentlich der Kernpunkt von dem Ganzen, warum man's eigentlich haben will, ist, äh, X11-Verbindungen zu beschleunigen und auch zu pausieren, äh, also, die laufen auch, auf dem Server weiter, aber du kannst dann klein dicht machen und an derselben Stelle weitermachen. Und, äh, die, äh, das Drumherum, also, die, äh, X2Go-Oberfläche, naja, gut, die, das, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, das kriegt man, äh, wenn man's neu programmieren wollte, wahrscheinlich relativ schnell wieder hin, aber, die, 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 das Kernprodukt, das lässt sich nicht auswechseln. Ja, also, von daher, denke ich mal, wird X2Go komplett wegfallen, und dann wird es irgendwie was anderes geben, äh, gibt ja andere, äh, die auch sowas machen, sowas wie Remina oder sowas, das spricht ja sowieso verschiedene Protokolle schon von Haus aus, ähm, ja, also, ich denke mal, X2Go wird ziemlich überflüssig dann werden, wenn's das, ähm, X11-Protokoll nicht mehr gibt. Mhm. Das wird leider, ja, kurz oder lang so passieren. Mir ist auch gerade nebenbei eingefallen, während du geredet hast, äh, was passiert mit I3? Naja, nicht viel. Alle I3-Nutzer werden zu Sway wechseln. Mir ist dann eingefallen, Sway ist ja, äh, das Wayland-Drop-In-Replacement für I3. Das ist ja auch schon eine Weile existent. Das ist immer schön, wenn man sich dann so selber debanken kann und sagen kann, na, da war ich selber dumm. Ah, das kommt ja eigentlich häufiger vor, als man so denkt, ne? Also. Ja, das ist richtig. Oder? Ich guck gerade auch nochmal bei, äh, danach, ob es irgendwie was gibt zu... Ja, also im Moment gibt's auf jeden Fall keine Möglichkeit, soweit ich das sehe, wie man X2Go unter Wayland, äh, nutzen könnte. Hat wohl jemand mal probiert, geht nicht. Aus guten Gründen. Vielleicht gibt's noch so eine Kompatibilitätsschnittstelle dafür, dass das dann vielleicht doch noch für eine Zeit geht, aber, ähm, ja. Aber es ist einfach erst mal so nicht gedacht. Ich lese auch gerade bei dir im Chat. Also, Wayland kann ja auch schon besser Sachen umsetzen als, äh, X11. Also diese verschiedene Monitoring mit verschiedenen Skalierungen lese ich gerade. Das ist ja eine Verbesserung. Das, das will man ja haben eigentlich. Das ist ja gerade geil. Ja. Das werden wir ja so nicht kriegen. Also, das war ja auch, ey, ab Ubuntu 18.4, wie hieß denn das mit dem, mit dem, mit der Desktop-Skaliererei, was sie neu eingeführt haben, dass man eben kleinere Zwischenschritte machen konnte. Das, das hat ja auch nur ganzheitlich für alles funktioniert. Das, das war ja auch eher so ein, hm, Feature. Gut gedacht, aber irgendwie, hm. Ich könnte hier nämlich zum Beispiel, ähm, auf meinem Monitor, wo das OBS zur Kontrolle läuft, nämlich eine deutlich höhere Skalierung gebrauchen, weil, ähm, das ist nur ein 14-Zoll-Monitor, der steht relativ weit weg. Hm. Der muss mir eigentlich nur anzeigen, wenn irgendwas nicht vernünftig läuft, aber manche Sachen zu lesen, hält mir dann durchaus schwer. Da wäre sowas cool. Also, äh, ich muss auch sagen, ich, ja, weiß nicht, also bei PopOS 24.4 ist immer noch X11, ähm, das Mittel, das, ja, das Mittel der Wahl. Das, äh, weiß nicht, ob mir das gefällt, ob ich dann selber mal mit Valent, äh, rumbasteln wollen werde. Das Problem ist, äh, PopOS für sich funktioniert sehr, sehr gut, wenn man es so lässt, wie das, äh, System76 so anbietet. Weil, ähm, selbst mir ist in meinen Experimenten hier mit, äh, B3FS und, ähm, aufgefallen, dass da manche Sachen ein bisschen komisch laufen, die so von, ähm, System76 gar nicht vorgesehen sind. Also gerade so, dass, äh, ButterFS oder B3FS Snapshot-Geschichten beim Updates machen, äh, lässt dann ganz gerne mal den Popshop abschütterzen, der mitunter die Updates verwaltet. Also das ist, ähm, interessant, nennen wir es so. Ein interessantes Erlebnis. Ja, ein sehr interessantes Erlebnis. Abstürze sind keine Abstürze, Fehler sind keine Fehler, das sind interessante Erlebnisse. Hm. Das ist eine, äh, eine Bereicherung für das Desktop-Erlebnis. So können wir das verkaufen. Ähm, da kamen noch zwei Hinweise. Der eine war natürlich nicht ernst gemeint. Wir waren alle zum Team. Irgendwie, uhrverdammt, würde ich jetzt eher, äh, sehe ich eher problematisch, gerade bei dem, wie lange ist das jetzt wieder her, der, äh, letzte Datenskandal, wo sie mal wieder so ein paar, ähm, Kundendaten verloren haben. Also es ist nicht wirklich eine Alternative, aber ich denke, das ist euch auch irgendwie klar. Und dann habe ich vor kurzem auch Rust-Desk nochmal im Video vorgestellt, habe ich jetzt, äh, im Support auch mal verwendet. Ist eine tolle Sache, so dass man mit dem Kunden zusammen auf einem entfernten System auf einen gemeinsamen Bildschirm mal gucken kann. Und ich kann, wenn es freigegeben wird, auch dort rumklicken und das Satur, äh, Fernwartungsaufgaben machen. Aber, ähm, X2Go sehe ich insofern noch, äh, als der andere Art von Produkt. Also das, ähm, das eine ist eher Remote Desktop und das andere ist so Fernwartung. Also über, äh, Rust-Desk möchte ich eigentlich jetzt nicht, nicht arbeiten. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Das geht zwar auch irgendwie, aber irgendwie fühlt sich das falsch an. Vielleicht, vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache, aber es ist eigentlich nicht die Zielsetzung von dem, wofür es gebaut wurde. Und von daher ist es irgendwie noch anders. Also bei so einer X2Go-Sitzung, wenn ich die in Vollbildmodus versetze, dann ist das quasi so, als ob ich, äh, vor dem Rechner direkt davor sitze, als ob das eine lokale Desktop-Sitzung ist. Und bei dem, äh, Rust-Desk fühlt sich das irgendwie anders an. Also, ja. Jetzt, jetzt muss ich mich als kompletter Nullwissender, was X2Go, äh, angeht, outen. Ist X2Go, haben die eine eigene Oberfläche, so eine Web-Oberfläche, oder? Nee, äh, die haben eine in, von der Optik. So, aber die haben, die haben eine eigene Oberfläche. Jaja, mhm. Okay. Also, eine sehr kleine Oberfläche, ne? Also, du, du hast da so ein Fensterchen, wo du deine einzelnen entfernten Geräte drin verwaltest. Dann haben die alle so ein einzelnes Icon. Und dann kannst du da so grundlegende Informationen festlegen, wie, wie hoch ist die Auflösung, oder wie, möchtest du einen Drucker freigeben, oder sonst irgendwas. Das machst du da drüber. Also, so ein paar grundlegende Einstellungen, Sachen machst du über diese Oberfläche. Ach so. Naja, weil ich ja quasi in meiner, äh, Home-Lab-Umgebung hier quasi Guacamole habe, aber als webbasierten RDP, VNC, SSH-Client. Dachte ich jetzt, das ist, äh, x2go ist so ähnlich, webbasiert. Aber so viele Alternativen gibt's auch da gar nicht mal so wirklich. Es sei denn, äh, die fliegen so bei mir unter dem Radar, dass, dass ich die gar nicht kenne. Aber da kann mich ganz gerne mal hier jemand erleuchten. Sagen wir's mal so. Ich dachte jetzt nur, aber, äh, na ja. x2go, damit wird dann wirklich Schluss sein, weil ich glaub, die sind so auf dem x11-Protokoll, ähm, fest verwurzelt, oder verankert, wie du schon gesagt hast. Wenn das nicht mehr ist, dann ist es nicht mehr. Oder dann wirklich nur noch Benutzen auf eigene Gefahr. Ähm, ja. Also ursprünglich, äh, kommt das ja aus von NoMachine, ist, glaub ich, eine italienische Firma, die damit angefangen haben mit diesem Cagen und Neukomprimieren sonst irgendwas von diesen x11-Verbindungen bis zur Version 3 war das Ganze noch Open Source. und ab der Viere haben sie's dann geschlossen. Und dann gab es, äh, irgendwie so ein Zwischenprojekt, was so eine Skriptsammlung war, um die Funktionalität weiter zu verwenden, ohne eine Oberfläche dafür zu haben. Sodass, äh, ja weiterhin diese Beschleunigung von dem x11-Protokoll auf dem Tunnel stattgefunden hat. Und dann irgendwann gab es x2go, was das Ganze noch mal ein bisschen hübscher gemacht hat, mit der Oberfläche dazu, sodass das auch einfacher zu nutzen war. Und NoMachine heißen die, glaub ich. Also wie keine Maschine. Die werden dann ja auch insofern ein Problem haben, ob die jetzt einen Plan B dafür haben, wenn es das x11-Protokoll nicht mehr gibt. Wir sind jetzt bei Version 8, 8, äh, 1.1.3 angelangt. Also im Moment sind die noch lustig dabei. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Das native nx-Protokoll. Also vielleicht haben die ja auch in der Zeit ein komplett neues Protokoll irgendwie entwickelt. Um unabhängig von irgendwas zu sein, kann auch sein. Also, ja. Und dass sie nur noch abhängig von sich selbst sind. Also, man kann das ja machen. Also, Rustdesk und, ähm, ich denke mal TeamViewer, die werden ja auch so ähnlich arbeiten. Die filmen quasi den Bildschirm oder das freigegebene Fenster ab. So wie das auch OBS macht. Komprimieren das irgendwie. Das sieht man bei Rustdesk auch. Also dieser Kompressionsalgorithmus, der da drüber läuft. Wenn sich was schnell bewegt, ist es auch erstmal ein bisschen unscharf. Und dann baut es sich so innerhalb von den nächsten Sekundenbruchteilen auf. Man sieht es schon. Und das hast du bei, ähm, X2Go insofern nicht. Also da, äh, da ist das üblicherweise nicht so. Es sei denn, du stellst die Kompressionen auf ganz übel ein. Da laufen PNG- und JPEG-Kompressionen drüber. Kannst du alles auswählen. Also, da sieht man es üblicherweise nicht. Naja, es führen immer viele, viele Wege dahin. Aber wenn man jetzt auf den, die vorhandene X11-Netzwerk-Transparenz dazugreifen möchte und das wegfällt, musst du halt was anderes machen. Das ist ja das Schöne. Es gibt garantiert immer irgendwo ein anderes Open-Source-Produkt, was das so ein bisschen ersetzen könnte. Man muss halt nur den Sprung ins kalte Wasser vielleicht wagen oder eben den Aufwand betreiben, um umzusteigen. Das ist, äh, sehr interessant. Das, das war auch so eine Sache, wo ich heute drüber gestolpert bin, weil mich ein Arbeitskollege nach einem Videoschnitt-Programm gefragt hat. Weil er meinte, du machst doch hier mit Medien. Hm. Ähm, kennst du da was? Naja, nun habe ich mir gesagt, es kommt wieder darauf an, was du machen möchtest, was du deine, ich sag mal, Vision ist. Und du musst dich auf eine sehr steile Lernkurve einstellen. Und irgendwie, um da mal ganz kurz drüber sinniert zu haben, das ist jetzt quasi ein Thema, was quasi unvorbereitet auf der Liste hier heute gerade gelandet ist, weil es ziemlich aktuell ist. Ähm, ja, so richtig, 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 richtig gutes, ja, Videoschnitt-Programm, wie sie immer beworben werden, so aus der kommerziellen Schiene, haben wir ja nicht. Also, KDN-Live, äh, KDN, KDN-Live, Live, 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 wie, äh, Live, wie Video, ja. Ähm, ja, mit einer ziemlich hohen Lernkurve. Also, es geht jetzt wirklich so, ich sag mal, Videos produzieren, a la, wer den vielleicht kennt, den, den, den Jules, der wirklich hoch, hochgradig geschnittene und zusammengetragene Videoschnippel, äh, miteinander verbindet, ähm, ähm, ist, glaube, so mit KDN-Live, mit erheblichem Mehraufwand verbunden, wenn man jetzt hier Vergleichsprodukte von Adobe oder, äh, was es da noch so alles gibt, ähm, äh, ja, gibt, was es da noch so alles gibt, gibt, ja, toll. Also, super Satz. Ähm, Ende vom Need. Ich hab mir erst mal, äh, auf KDN-Live, ähm, drauf hingewiesen und auf Openshot, dass man mal abschätzen muss, wo soll die Reise hingehen? Also, was entspricht am meisten seiner Visionen? Hab ich ihm dann so, äh, gefragt, weil das find ich immer schwierig. Wobei man sagen muss, jetzt rede ich schon relativ lang, aber, äh, es ist vielleicht auch wichtig, ich sag mal, in dieser, ähm, Technik- oder Tech-Tuber oder Technik-Content-Creator-Bubble, ähm, wo wir ja uns, ich sag jetzt mal einfach, ähm, eingefunden haben, ähm, hast du ja nicht wirklich viel aufwendige Sachen. Ja, blendest du mal was ein, ja, klar, tust du mal was, äh, auskriegen, aber so wirklich mit Animationen Sachen zusammenzuschneiden, machst du ja gar nicht oder machen wir ja gar nicht. Ist mir nur so auf jeden Fall. Jetzt hab ich ganz viel geredet und bin zu keinem Konsens gekommen. Hast du was zu ergänzen? Hilf mir bitte, ich rede mich grad gegen die Wand. Äh, ich, ich, ich musste jetzt, äh, gerade erst mal gucken, äh, wer Jules überhaupt ist. Hab, ihr habt da natürlich was gefunden bei YouTube. Und, ähm, ja, äh, also, also, der ist ja auch nicht gerade klein, ne? Also, 300, nee, nee, äh, 843.000 Abonnenten hat er, also nicht wirklich klein. Da stecken halt, ähm, mehrere Arbeitsplätze hinter. Ich weiß nicht, wie viele Cutter der, äh, ja, der Mann wahrscheinlich hat. Ähm, da, da, da ist insofern mehr dahinter. Also, das machen die jetzt auch nicht in fünf Minuten oder so. Inzwischen hat er einen. Einen. Oder, bevor er relativ groß war, hat er allein. Da gibt's nicht besonders viel Schlaf. Nee, ist richtig. Äh, also, diese Sachen fallen nicht einfach so da, äh, vom Himmel. Und, äh, wenn ich da mal kurz durch, äh, scrolle, ist da sehr viel vorproduziertes Zeugs, Videoschnipsel, die von irgendwoher kommen, äh, die zusammen, äh, gesucht und montiert sind. Also, äh, also, äh, also die, äh, ich weiß nicht, wie groß der Anteil an wirklich Selbstproduzierten dabei ist. Oder ob's einfach eine zusammen... Bei Tools Null ist alles Fremdmaterial. Also, okay, also dann, ähm, ist die, äh, was wirklich Arbeit kostet, wenn man sowas richtig macht, die Dinge rauszusuchen, die wirklich zusammenpassen, die dann in ein Gesamtbild zusammenzupacken, so, dass das im Großen und Ganzen noch eine stringente Geschichte erzählt. Das ist die Arbeit dabei. Die, äh, einzelnen Dinge, die er da macht, das ist, äh, relativ viele schnelle Schnitte, mal einen Zoom reingepackt, mal, ähm, also, da sind jetzt keine besonders... Also, sind nicht besonders tolle Effekte drauf oder sonst irgendwas. Also, das lässt sich mit KDN Live auch machen. Also, da seh ich jetzt kein großes Problem bei. Das ist so eine Menge Fleißarbeit, aber nicht, was jetzt spezielle Funktionen von einer Software bräuchte. Also, das... Na, mein Problem ist, ich weiß, dass das sehr viel Aufwand und Fleiß ist. Ich habe eine Vision und ich, ich habe massiv Probleme damit, wenn ich diese Vision nicht erreiche, weil ich an meinem eigenen Unvermögen scheitere. Weil, weil bei manchen Sachen, das wohnt mich innerlich so extrem, wenn, wenn die Lernkurve zu groß ist. Gerade bei Videoschnitt ist es zum Beispiel bei mir so, du, ich baue dir irgendwie HA-Setups auf oder mach dir sonst sowas für verrückte Sachen im Internet. Aber bei Videoschnitt, dann ist es vorbei. Also, es ist... Ja. Und dann tut der innerliche, ja, Vorarbeiter in mir sagen, das muss fertig werden. Und, äh, dann, dann sagst du, das wird nicht, Chef. Das, 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 das ist ja... Nee, einfach nur nee. Und dann, das frustriert dann immer. Also, das ist so mein, mein innerliches, äh, mein innerliches Streitgespräch. Aber ja, wie, wie zum Beispiel Guardian Live. Also, das geht schon alles. Aber dieses Reinarbeiten, und es gibt ja auch andere Programme inzwischen, gibt's ja auch Videoschnittprogramme, die ganz viel mit KI, äh, Integration arbeiten. Wie das rechtlich gesehen ist, ist eine andere, äh, Baustelle. Aber die nehmen dann doch durchaus dem User relativ viel ab. Das, äh, finde ich dann ganz gut laufen, aber natürlich nicht, ähm, auf reinen Betriebssystemen. Also, nicht direkt nativ. Äh, äh, es gibt ja auch sehr viele Webdienste, wo du solche Sachen automatisiert machen kannst. Da gibst du vielleicht bloß noch irgendwie grob so ein Thema vor. Und das Ding produziert dir erst mal so ein grobes Ablaufskript dafür, macht dann hübsch die Bilder dazu, generiert ein bisschen Musik. Und, äh, lässt das auch noch durch eine KI-Stimme sprechen. Also, da gibt es ja doch einige Videos bei, also bei YouTube auf jeden Fall, wo ich mir denke, was für ein Rotz. die, äh, exakt so aussehen. Und es gibt auch solche Tutorials, wo dann gezeigt wird, ja, dann nimmst du das erste KI-Tool hier für, äh, Abogebühr X, äh, nimmst du das erste, lässt die hier, äh, ins Skript generieren. Dann nimmst du das Skript hier, schmeißt das in das nächste Dings rein. Das macht dann die Bilder dafür. Und die, die Arbeit, die zum Teil dann noch reingesteckt wird, ist diese einzelnen Komponenten, also die gesprochene Tonspur zu nehmen, mit den Bildern zu verbinden und mit der Musik zusammen. Und das hinterher zu ändern und irgendwo hochzuladen. Also, äh, man kann das relativ einfach machen, wenn, wenn man, äh, also wenn, wenn es einem quasi egal ist. Also, es gibt ja welche, die ihre Kanäle darauf optimieren. Ich möchte jetzt eine große Reichweite haben. Eigentlich ist es mir vollkommen egal, worum es geht. Das Thema ist mir total Banane. Ich will Aufmerksamkeit um jeden, um jeden Preis haben. Und, ähm, möchte möglichst schnell damit Einnahmen generieren. Davon gibt es eine ganze Menge, die das so machen. Das klappt mehr oder weniger gut. Dann gibt es natürlich relativ schnell Nachahmer, die dann sehen, das Konzept funktioniert. Wie diese Ambient-Dinger da, 10 Stunden, äh, Tülyd-Musik inklusive, äh, nachtzirpenden Tieren bei Gewitter, bei Regen und sowas in der einsamen Berghütte. Diese Dinger da gibt es haufenweise von. Am Anfang haben die wahrscheinlich ganz gut funktioniert, aber es gibt so viele Nachahmer davon, die exakt dasselbe machen. Oder diese KI-generierten Inhalte, wie, wie würde der Filmtrailer für Matrix aussehen, wenn man den 1950 in Panavision gedreht hätte. Ähm, ist, und da gibt es auch eine ganze Reihe von. Und mehrere Kanäle, die das machen, die meisten, die zu spät damit angefangen haben, die laufen auch nicht so gut. Der als erstes das gemacht hat, der hat, also der hat sich seine Klientel rangezogen. Und, äh, ja, also kommt drauf an, was du vorhast. Aber wenn, also wie du das sagst, du hast eigentlich schon ein Bild vor Augen, so und so möchtest du es haben, dann bist du überhaupt kein Kandidat dafür. Nee, ist richtig. Also bei mir ist wirklich das Produkt dasjenige. Ich weiß ja, dass, äh, der YouTube-Algorithmus absoluter Müll ist und vergiftet ist. Äh, äh, wenn du nicht täglich produzierst oder in einem gewissen Zeitrahmen wirklich Klicks generierst, dann bist du aus diesem Algorithmus raus. Dann wirst du nicht oft, äh, vorgeschlagen. Dann, äh, ist es umso wichtiger, äh, ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren. Ähm, ähm, und, ja, dann hältst du da halt raus. Und man muss ja auch sagen, diese Technik, äh, Tuba-Bubble, es gibt einige, die wirklich regelmäßig generieren. Anders machen wir es ja auch nicht. Es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass, ich sag mal, für uns, äh, dieser Podcast hier ein recht leichtes Mittel oder ein probates Mittel ist, um zumindest, ähm, zyklisch immer wieder, äh, Leben auf dem Kanal zu halten. Also gerade hier für den Tux-Tage-Channel, wo das quasi dann auch nochmal hochgeladen wird, ist das ja eigentlich essentiell, weil, ähm, dadurch tun wir quasi über das Jahr hinweg, ähm, ja, Aufmerksamkeit, äh, oder die, 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 die Klickzahl relativ hoch halten, ähm, damit der nicht immer seinen Peak so kurz nach November bekommt. Also, ähm, ja. Es ist ja für uns eigentlich auch nur so ein, ja, probates Mittel, um es relativ einfach. Und für dich ist es ja auch noch leichter, ähm, es wird ja einfach nur nochmal neu kurz veröffentlicht. Ich muss es nicht schneiden, ich lasse es einfach so, wie es ist. Richtig, also von daher, ja, ist ja völlig okay und, äh, man bleibt ja im Gespräch. Ähm, wo wollte ich denn hin? Ähm, äh, der Jules hat inzwischen einen Zweitkanal und da hat er angefangen, sehr humoristisch alle 16 Bundesländer, ähm, einmal abzureißen. Meins war schon dabei, ich konnte herzlich lachen. Wo ich gespannt bin, ist, äh, ob Schleswig-Holstein und ob er die Key-Lux drin hat. Denn das ist jetzt die Überleitung. Das ist eine, also die, die, die kam total, äh, also so, so ungeplant und, äh, auch nicht mit, äh, der Zaunlatte an Hinterkopf geprügelt. Ähm, die sind am 19.20. und 21. September natürlich in Kiel und, äh, wir haben zweieinhalb Tage Programm. Am 19. ist der Linux Presentation Day. Ein halber Tag, ein Nachmittag, wo wir denn eher Inhalte für Einsteiger und Umsteiger haben. Und die beiden weiteren Tage, dort gibt es denn Ausstellungen, Vorträge, Workshops, ähm, gemeinsames Frühstück, Grillen, äh, Verlosung und natürlich viele Gespräche auf dem Gang und, ähm, ja, rundherum auf dem Gelände vom Kitz, dem, ähm, Kieler Innovations- und Technologiezentrum, wo wir ja schon dieses Jahr das zum 22. Mal denn, ähm, insofern zu Gast sind. Und, ja, da ist eine Menge drumrum. Kommt gerne vorbei. Und, äh, du bist natürlich auch mit dabei. Genau, wie, äh, der gerade nicht dabei ist, der Jo. Genau. Da hat er wieder Zeit für uns. Das hoffe ich doch, dass er da dann nichts Besseres vorhat. Naja, also eigentlich ist es fest eingeplant, dass das passt. Ja, da gibt es dann eine Neuauflage von Kaffeekuchen Pinguin, denke ich mal. Und das ist dann am Donnerstag, glaube ich schon. Das müsste Donnerstag sein, LPD, ja. Und den Tux Flash live vor Ort, gibt es denn zum zweiten Mal wirklich live vor Ort? Auch denn da am Freitag, denke ich mal, oder? Samstag? Also haben wir noch nicht ganz rausgeknubbelt. Du, ich, ich bin da fein raus. Ich mache das Programm nicht. Nee, 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 nee. Das stimmt. Gut. Das liegt dann wieder bei, ja, quasi. Was, was auf jeden Fall noch da sein wird, ist, äh, die, die, ich sag mal, Linux-Praxis. Also, wir haben noch keinen richtigen Namen. Also, Jean und meine Wenigkeit werden dann versuchen, im allerbesten Wissen und Gewissen, eure Linux-Probleme zu lösen. Oder zu sagen, oh, das ist ja gar nicht so glaubwürdig. Keine Ahnung. Ja, also damit können wir schon quasi die Leute anteasern. Und ich hatte es gerade schon gesagt, der Tux-Tage-Channel-Peak ist immer am November oder Ende November. Die Tux-Tage dieses Jahr sind am 2. November. Ist quasi wie die Key-Lux, nur, äh, online. Nur in online. Diesmal wieder hybrid, die Key-Lux. Das hattest du, glaube ich, noch nicht gesagt. Stimmt, das hatte ich nicht gesagt. Also, die Vorträge werden, ähm, überwiegend, äh, wohl auch wieder live gestreamt. Und vielleicht kriegen wir auch, ähm, noch ein paar, die nur online sind, dazu. Also, mindestens einer ist, glaube ich, auch nur online, der dann gestreamt wird aus der Schweiz, glaube ich. Ja. Aber ansonsten vorbeikommen, lohnt sich natürlich. Viele Sachen lassen sich halt nicht durch die Leitung schieben. So wie die Bratwurst oder, äh, der Tombola-Gewinn oder so. Das ist wirklich alles bloß live von vor Ort. Ja. Ansonsten macht gerne mit. Ihr könnt, äh, euch schon überlegen, ob ihr einen Vortrag machen möchtet, einen Workshop. Dann, äh, auf Key-Lux.de gleich in den Programmplaner eintragen. In den, äh, ja, ich glaube Programmplaner heißt das Ding wirklich. Ja, äh, äh, einfach da eintragen. Oder wenn ihr einen Stand machen möchtet oder uns etwas sponsoren möchtet, dann könnt ihr das alles über die Webseite machen. Da steht alles da. Ja. Ähnlich ist es ja auch bei den Tux-Tagen. Da kann man jetzt ja auch schon über die Webseite sagen, ich möchte einen Vortrag halten oder so, ne? Exakt. Das ist schon offen seit ein paar Tagen. So hundertprozentig weiß ich es nicht, weil das Organisatorische macht alles Genre. Die Technik mache ich. Ich finde es immer doof, wenn er nicht da ist, dann muss ich das machen. Und ich bin da immer so schlecht vorbereitet. Inzwischen kenne ich's Datum. Ich gucke immer auf die Seite. Ja, äh, 2. November, äh, Online-Vorträge, Talks, Workshops, ähm. Achtung. Ja, Vortrag. Genau, so wie immer. Genau, ja. Ich bin mir gar nicht sicher, machen wir da auch wieder eine Tux-Flash-Folge? Ah, kann ich so hundertprozentig noch nicht sagen. Also, vielleicht kommt das so als Auftakt am Freitagabend. Einfach so als, äh, initialer Startschuss und, äh, Technik-Check. Keine Ahnung. Das war mal so im Plan, ob was dann den Freitagabend machen. Diesmal machen wir keine Gaming-Nacht, weil das sich so, mhm, 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 mhm. Immer mit sehr viel Aufwand und wenig, ähm, ja, Möglichkeiten am Interagieren scheitert. Also, wir wollen so möglichst viele Leute reinholen, aber, ja, so wirklich die Masse, ähm, Aufsetzung bewegen können wir nicht. Also, das ist leider aufwandstechnisch eher immer ein bisschen ungünstig. Also, äh, wobei der Bereich Gaming ja eigentlich eher nicht so stark läuft. Also, wir haben ja auch, ähm, ein paar Mal quasi die Sommervertretung für Jean gemacht. Auf Linus Guides, auf den, äh, Kanälen bei YouTube, bei, ähm, äh, Twitch und auf linusguides.de-live. Und da haben, was hatten wir letzten Sommer? Dune 2000 unter Open RR-A gespielt? Ähm, na, den, den Mod von Open RR, äh, Shattered Paradise, Shattered Paradise war das. Ja, also, das war quotenmäßig eigentlich eher für Jean ziemlich deprimierend. Wir hatten zwar Spaß und die wenigen, die uns zugeguckt haben, die waren damit auch zufrieden, aber es waren halt sehr, sehr wenig, weil es nicht das ist, was man üblicherweise erwartet, ne? Also, ähm, also, du machst ja auf deinem, äh, Twitch-Kanal auch jede Woche üblicherweise, ähm, äh, etwas, äh, Gaming, nicht? Und, äh, aber... Genau, der Dienstag ist der Gaming-Tag und der Donnerstag ist der Technik-Tag, wenn er nicht gerade durch den Slot hier belegt ist. Ja. Aber heute werden wir uns im Anschluss noch ein bisschen was in der Open Sense angucken. Deswegen, äh, Werbung haben wir jetzt für die Tux-Tage gemacht, äh, deswegen bei mir, twitch.tv slash saint of sinner. Mal vorbeigucken. Bei dir, YouTube nicht dabei, ist der letzter Schluss. Äh, bei Jean, Linux Guides auf YouTube, linusguides.de und, äh, Zweitkanal. Der Jean hat ja inzwischen Zweitkanal, Linux Guides Admin. Da hat er sogar noch mehr Kanäle, ne? Also, mit zweien gibt er seinen nicht an. Gibt ja auch noch einen englischen Kanal, der, äh, Junux Guides Ort heißt. Apropos englischer Kanal, ich war letztens irgendwie in meinen Vorschlägen, Grüße gehen raus an, äh, Michel Franken, da hab ich seinen englischen Kanal gefunden. Der hat einen Namen gehabt, äh, konnte ich gar nicht mit in Verbindung bringen. Dann ist mir nur auf jeden Fall, die Stimme kommt dir so verdammt bekannt vor und auch der komplette Video-Stil. Also, äh, deswegen hier, äh, sei gegrüßt. Ich hab deinen englischen Kanal gefunden. Aber ich hab mir nicht, äh, ich hab mir gerade nicht, äh, auf dem Schirm oder mir gemerkt, ähm, Werbung kommt später. Hm. Such ich für das nächste Mal aus. Ähm, ja. Das, haben wir jetzt was im Werbeblock vergessen? Eigentlich nicht. Ich denke mal, für heute reicht es auch, ne? Also, wir, wir haben uns wieder nett unterhalten. Es ging, äh, wieder, denke ich mal, in Richtung, die wir uns jetzt so eigentlich nicht überlegt haben. Also, von den Sachen, die ich jetzt auf meiner Liste drauf habe, äh, also Lady Bird hatte ich insofern drauf, wo ich eigentlich aber eher davon weg wollte und in Richtung, ist es gut, Alternativen zu haben. Also, äh, da würde ich sagen, kann ich einen Haken hinterm machen. Aber bei den anderen Punkten, äh, nee, die nicht. Aber das ist ja auch das Schöne daran. Wir wissen es vorher auch immer nicht, was passiert. Das macht es ja auch irgendwie so ein bisschen dynamischer und interessanter ist, äh, als wenn man jetzt ein fertiges Skript gehabt hätte oder so. Das ist ja irgendwie langweilig. Ja. Ach, Fostobia wurde da reingeschrieben. Funktioniert das im Englischen Fostobia als Name? Ist das Brandsafe? Ach, das nimmt mir schon wieder zu viele Gedanken. Fostobia. Also, wird das so geschrieben? Also, Startpage kann damit quasi nichts anfangen. Da ist es irgendwie was. Ein Radfahr-Event? Das kann ja nicht sein. Algarve? Algarve? Keine Ahnung. Fostobia. Nee. Oder? Fostobias. Das ist es aber nicht. Der hat einen. Nee, 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 nee. Das ist richtig. Wie gesagt, ich muss mal den Verlauf hier richtig durchsuchen. Das mache ich jetzt nicht. Ja. Das wird zu verrückt. Genau. Ja, gut. Äh, du wolltest kein neues Thema mehr anfangen, habe ich. Nee, nee, nee. Ich dachte, du würdest nur den Werbeblock abbrechen. Nee, nee, nee. Also, ich dachte, mit Werbeblock waren wir durch. Ja, ja, ja. Dachte ich ja auch. Genau. Ich dachte, du warst noch nicht. Demnächst gibt es Chance-Kanal noch auf Chinesisch. Also, vielleicht mit KI-Unterstützung, vielleicht wirklich irgendwann, ne? Ja. Dann nimmst du es einmal auf, auf Bärisch. Und dann lässt du es automatisch in alle anderen Dialekte und weitere Sprachen noch im Übersetzen. Und das alles mit einer Stimme, die quasi so klingt wie deine, aber nicht deine ist. Das wäre doch total genial. Das wäre genial. Das wäre genial. Fostopia. Ja. Das ist auf jeden Fall Michel Frank. Macht der den Englisch? Ich habe ihn auch abonniert. Er muss sich irgendwann nachholen. Ach so. Topia, nicht Bia. Das ist der Unterschied. Ja, 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 ja. Ja, nee, nee, nee. Hatten unsere beiden Bremer mit B. Und da dachte ich irgendwie, hä? Tobias? Nee, nee, nee. Aber mit B. Dann wird ein Franken raus. Das stimmt. Ja. Wie gesagt, also total interessant. Wenn man dann Leute entdeckt, wo man sich sagt, Moment mal. Den kenne ich. Den kenne ich, hey, hey, hey. Der schuldet mir noch Geld. Geld. Also kein Thema mehr von deinem Zettel. Du hast noch so viel Bock drauf und du möchtest eigentlich das, was du im Anschluss machen wolltest, jetzt nochmal schieben. Oder willst du das gar nicht? Nee, nee, nee. Alles klar. So groß ist es nicht. Sonst hätte ich noch weitere Laberthemen. Aber das... Da hast du ein kleines, schnelles. Kommt darauf an, wie wir es ausarten lassen. Aha. Raspberry Pi ist ja jetzt an die Börse gegangen. Und daraus kann man jetzt ein großes Thema draus machen. Wie wird die weitere Entwicklung in der Zukunft aussehen? Ist das insgesamt eine gute Sache für uns als Community? Oder eher entwickelt sich das in eine schlechte Richtung, dass es von dem ursprünglichen Gedanken weggeht? Und so weiter und so fort. Das kann man ewig ausbreiten. Das ist gar nicht so bei mir angekommen, meiner Filterblase, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eher den anderen Ausverkauf mitbekommen. Und wir haben wieder schon drüber geredet. Nee, das war mein Arbeitskollegen heute. Dass quasi das deutsche Internet verkauft wurde. Also AVM. Ja. Aber das... Also es war doch eigentlich mal die Raspberry Pi Foundation. Also auch wieder eine Stiftung. Und die sind jetzt an die Börse gegangen? Oder haben die sich aus der Stiftung umpulmiert? Sozusagen. Also die sind auf jeden Fall an die Börse gegangen. Ob die immer noch diese Stiftung als Hülle haben? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß das irgendjemand schnell? Oder soll ich das nochmal nachgucken? Vielleicht glaube ich. Also die Richtung, in die sich das Ganze bewegt hat. Den Raspberry Pi, der Erste, der ist... Oh, wie heißt das jetzt hier? 15 Jahre ist, glaube ich, zu lang. Die sind ja komplett anders gestartet. Der Erste hat... Also der Richtige, nicht der Zero oder sonst irgendwas. Der hat, glaube ich, 35 Euro gekostet. Also die Platine, da kam zwar das Netzteil noch mit dazu und die Packung drumherum. Aber für, sagen wir mal, 45 hattest du ein Komplettpaket. Da hattest du einen ARM-Rechner mit 512 MB RAM. Waren die etwas... Also die allererste Serie hatte bloß 256 von denen und relativ schnell waren sie dann bei 512 MB RAM. Und dann hattest du einen funktionsfähigen Linux-Rechner, der selbst für die damalige Zeit nicht wirklich schnell war. Aber für so Bastelprojekte, wo du ein bisschen mehr wolltest als ein Microcontroller, der mal ein paar LEDs blinken lässt, hattest du da einen kompletten Rechner, an den du auch was anschließen konntest, wo aber ein komplettes Betriebssystem draufläuft, inklusive Netzwerksschnittstelle und HDMI und USB und sonst irgendwas. Das war da alles schon drin. Also das war ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und auch eben für so Bastel-Kunstprojekte durchaus erschwinglich genug. Da konntest du im Zweifelsfall auch das Gehäuse weglassen und hast dann irgendwo anders vielleicht auch bloß festgeklebt oder sonst irgendwas. Also es war bezahlbar. Und von diesem grundsätzlichen Gedanken ist es ja immer weiter weggegangen zu dem, was wir jetzt haben, der Raspberry Pi 5. Wenn du da jetzt so das Komplettpaket nimmst, also Platine, Gehäuse, Netzteil und so weiter, dann denke ich mal, bist du bei 150 Euro, oder? Na, 120 würde ich mal schätzen, aber es ist schon mindestens das Doppelte, wie es ursprünglich war. Aber da ist ja auch so ein bisschen immer höher, schneller, weiter geschuldet. Du darfst ja auch in der Technik nicht stehen bleiben. Also der 1er Raspberry Pi, der war ja wirklich lange das Nonplusultra. Dann kam so ein bisschen Konkurrenz auf mit dem Banana Pi. Der hatte dann schon ein Dual Core. Da mussten sie natürlich wieder konkurrenztechnisch einen raussetzen. Und mit dem Pi 2, dem Quad Core, war der Zweier? Ja, der Zweier hatte schon den Quad Core. Und ja, und dann ging quasi das Wettrüsten los, so ein bisschen das Konkurrenzrüsten. So wie es halt ist, naja, ja. Die Frage ist, was macht jetzt der Börsengang mit dem Produkt? Tut vermutlich eine Sache, die eh schon kommerzialisiert ist, auch wenn der Ursprung oder das Mantra immer noch das Alte ist, mit günstiger Hardware für einfachen Zugang, was, naja, inflationär beglichen vielleicht immer noch so halbwegs stimmt, ja noch ist. Ja, werden wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Also zufrieden bin ich damit auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Das weiß ich nicht. Und wenn ich jetzt heutzutage sowas ähnliches machen möchte, also ich möchte quasi eine Grundfunktionalität haben, möchte es aber relativ günstig haben, weißt du, ob es da quasi so Nachfolger im Geiste gibt? Nee, die, also Banana Pie ist preislich gar nicht mehr, also sind genauso teuer, wenn nicht teilweise sogar teurer. Man muss ja immer sagen, dass die Raspberry Pies oder Raspberry Pie Foundation immer noch wirklich so das Grundkonstrukt gefahren hat, günstig und damit zugänglich, Banana Pie, Orange Pie, die haben halt Leistung rausgehauen zu einem dementsprechenden Preis. Also da ist die Raspberry Pie Foundation oder der Raspberry Pie immer noch seinen Ursprüngen halbwegs treu geblieben, aber leider Gottes muss er irgendwo konkurrenzfähig bleiben. Sonst laufen da die Leute weg und, ja, alles schwierig. Wobei sie ja das untere Ende auch über diesen Raspberry Pi Pico wieder so ein bisschen bedienen, also so einen Microcontroller, der schon mehr kann, als es eigentlich so in dieser Klasse üblich wäre. Da sind ja auch zwei CPUs drauf. Und du hast da, wie ist das, 285 Kilobyte RAM und zwei MB Flash auf den Originalen drauf und das für so bummelig 5 Euro mit einer USB-Schnittstelle und diese GPU-Pins hast du da auch. Die sind zwar ein bisschen anders als die beim Raspberry Pi, aber du hast so eine Menge Möglichkeiten, wo du wieder relativ günstig was kriegst für so Bastelprojekte, aber das ist natürlich deutlich schlechter von der Performance und von der Leistung insgesamt, als der erste Raspberry Pi, ist aber auch wiederum weiter weg von den damaligen 35 Euro und irgendjemand schrieb, das war ungefähr 2012 mit dem ersten. Also, aber dieses Zwischensegment, also zwischen dem neuen Fünfer und dem Pico ist ein sehr, sehr großes Loch eigentlich. Na, ich bin ja eher so ein Fan vom Pi Zero W2. Hat zwar keine Netzwerkschnittstelle, aber mit seinen 512 MB RAM und jetzt endlich einer Quad-Core-CPU, weil das hat man echt gemerkt, das Vorgängermodell, dieser Einkern-CPU, das blockiert dann doch schon so ein bisschen den Arbeitsfluss für 20, 25, dann noch eine SD-Karte, so 5, ja, Netzteil hat man meistens so rumfliegen, das ist nämlich noch Mikro-USB, wenn ich mich jetzt nicht irre, das muss man mitunter nicht kaufen. Dann bist du so wieder bei deinem ungefähr 35 Euro. Hast aber keine Liefernetz-Schnittstelle, das muss man auch sagen, und bist ein bisschen beschränkter, was USB-Ports angeht. Stimmt, was gibt's da? Ich hab gerade so ein Bild davor, aber ich kann's nicht wirklich zuordnen. Ach, Mikro-US... Mikro-B-USB. Ne, das ist Mikro-USB. Zweimal, also einmal für Peripherie und einmal für die Stromversorgung und dann hat er, glaube ich, noch Mini-HDMI. Das ist das einzig Doofe, warum sie da auf Mini-HDMI gegangen sind. Das ist so ein, ähm, ja, Doofer-Standard. Da brauchst du immer einen Adapter. Oder einen Adapterkabel, das ist, ähm, ja. Aber, ne, ist der Große nicht sogar auch auf Mini-HDMI inzwischen? Der Vierer? Die sind doch auch irgendwann mal auf Mini-HDMI inzwischen gestiegen. Ja, dafür kriegst du jetzt ja zwei. Genau. Dass du zwei Monitore anschließen kannst. Und vorher war's ja noch ein voller HDMI, das... Also, ein normaler. Bis wann gab's den noch? Im Vierer? Ne, im Vierer eben nicht. Da auch nicht mehr? Den hab ich hier als... Drei muss das sein, ja. Obwohl, da hab ich... Ja, Dreier hat noch. Normal. Was so alles auf dem Tisch rumliegt. Ja. Ja, also, das... Aber, wie gesagt, der Pi Zero W2 ist, ähm, ja, für mich so der, ähm, ja, genau der Punkt dazwischen, zwischen den Pico und den, den Großen. Der kriegt auch schon Sachen fertig. Und, äh, Ingo und Markus haben ja geschrieben, Raspberry Pi OS läuft vom Pi Zero bis zum Pi 5. Also, da ist der große Vorteil. Also, das muss man der Raspberry Pi Foundation sagen, mit dem Raspberry Pi OS. Äh, vorher... Raspian? Ne. Mhm. Doch, Raspian. Ja, vorher Raspian. Haben die wirklich, ähm, das geschafft, was sie versprochen haben, nämlich alle Geräte, egal, welches du hast, es wird noch laufen. Das hast du bei Konkurrenzfirmen wie Bananapai zum Beispiel nicht. Ich hab noch den ersten Bananapai, den M1 hier rum, ähm, ja, oxidieren inzwischen nur noch. Der liegt einfach nur rum. Ähm. Da war... Wann hab ich mir den holt? Und irgendwie, da war noch in Ubuntu 14.4 so als Desktop-Alternative. Danach kam ganz, gar nichts mehr. Dann gab's noch mal eine völlig veraltete OpenWRT, äh, Version noch. Den habe ich irgendwann dann doch mal mit, ähm, das hatte ich, glaube ich, gesagt, Armbieren wieder zum Laufen gebracht. Ähm, ist auch angepasst für, äh, Arm- oder Single-Board, ähm, 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 Latinen? Ähm, äh, Single-Board-Computer, ähm, das ist ja doppelt gemacht. Aber Single-Board-Computer, ähm, hab ich wieder zum Laufen gebracht, äh, und dann ist mir auch aufgefallen, ja, so geil war er ja auch nicht. Also, und eigentlich brauchen wir, ja, wollen wir auch nicht. Was eigentlich cool ist, da ist halt ein direkter SATA-Anschluss dran für, für eine SATA-Platte. Aber dadurch, dass sich der SATA-Port mit dem USB die Schnittstelle teilt, ist da die Daten, äh, durchsetzt, dann auch nicht mehr, ähm, so wirklich auf SATA-Platten-Niveau. Von daher, ähm, ja. Oxidiert da weiter rum. Aber naja. Ich hab noch, ne? Ja. Hm. Joch. Gut. Ja, wo die Reise hingehen wird, wird sich erst zeigen, also, ähm. Also, in der Rasanten, ich, ich würde jetzt einfach mal eine Glaskugel schauen und sagen, eine rasante Kommerzialisierung, in dem Sinn wird's vermutlich nicht geben, weil sie ganz gerne immer noch diesen ganzen Punkten, die sie jetzt so lange treu geblieben sind, auch treu bleiben möchten oder wollen, kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, bei so einem Börsengang ist ja, ist man ja meistens nicht mal, äh, nicht mal nicht mehr Herr seiner, seiner eigenen Firma, weil es dann so ein bisschen funktionärstechnisch, äh, schwierig wird. Werden wir gucken, wie, wie lange die noch ihren, anführungszeichen, Standard halten können. Ja. Genau. Ja. Schauen wir mal. Und. Wär schade, wenn, wenn sie sich durch so eine Aktion quasi das Produkt, äh, demontieren. Also, das, ähm, wo hat es nun das her? Stand irgendwo, also, äh, also, das ist jetzt auch. Die eigentliche Intention dahinter, warum geht man in die Börse mit so einem Produkt? Also, Geld. Das ist so das. Ja, Geld. Ja. Aber das, also. Das kann man doch anderweitig generieren. Äh. Ja, aber vielleicht nicht schnell genug, denn, äh. Ach, also, bei Heise gab's auf jeden Fall einen Artikel dazu, also, das, das ist jetzt auch keine taufrische Nachricht, bloß, das fiel mir irgendwie so ein, haben wir noch nicht drüber geredet, und das wäre vielleicht eventuell interessant. Darum ist es mehr oder weniger auf meiner Liste gelandet, nicht, das ist jetzt diese Woche oder letzte Woche jetzt ein akutes Thema gewesen. Ja, mal gucken, ob ich das nochmal schnell wiederfinde. Ach so, die sollen noch 70 Prozent ihrer Anteile besitzen. Nein, dann, solange die Aktionärs, äh, äh, nee, die Aktienmehrheit ja eh bei denen liegt, ist das ja noch okay. Aber ich bin jetzt auch kein, äh, Finanzexperte oder ähnliches. Also, offizielles Ziel da, äh, für den Börsengang soll sein, um für die Stiftung noch ein bisschen mehr Geld zu beschaffen, damit sie ihre Bildungsziele besser erfüllen können. Gucken wir mal, also, was das bringt. Was sind denn deren Bildungsziele? Also, haben sie sich dazu geäußert? Ich glaube eher nicht. Also, die stehen, denke ich, mal irgendwo wirklich drin. Aber ich glaube, für den speziellen Punkt war nach, äh, mehr Geld schon quasi der Gedankengang zu Ende. Einfach nur mehr Geld. Nee, das möchte man denen ja nicht, ähm, unterstellen. Für irgendwas werden sie Geld brauchen. Also, Bildung ist ja erstmal sowieso eine gute Sache, aber, äh, andere, also, also, vielleicht, also, gönnen würde ich es denen ja auch im Sinne, äh, also, oder auch, damit es wirklich insgesamt hilft, dass sich, äh, mehr Leute mit Technik auseinandersetzen können. Und überhaupt, das ist eine sehr gute Sache. Und dass sie nicht irgendwann den, äh, Abzweiger in die komplett falsche Richtung machen. Und von ihren eigentlich sehr, ähm, hehren Zielen irgendwo anders hin abschweifen und dann sonst irgendwas draus machen. Also, es haben ja einige Projekte versucht, sind mit sehr guten Ideen und, äh, Enthusiasmus rangegangen und sind irgendwann gescheitert. Also, so wie dieses One Laptop per Child Projekt, ähm, was, also, das ist ja noch deutlich, ähm, weiter her. Es ging darum, um jedem Kind zu ermöglichen, ein Laptop zu haben, um an Bildungsangeboten teilzunehmen, äh, ging, äh, meine ich, überwiegend eigentlich um Afrika. Dementsprechend waren die Geräte auch ausgelegt, sodass man die in praller Sonne ablesen konnte. Die waren relativ klein. Es gab auch eine Kurbel dafür, sodass man Strom selbst sich zusammenkurbeln konnte. Ähm, Solarpanel gab's, glaube ich, auch dafür. Und die konnten untereinander so ein, ein Mesh-Netzwerk aufbauen. Wenn kein Internet da ist, dann konnten die auch untereinander kommunizieren. Und die ganze Oberfläche, die da drin war, war darauf ausgelegt, dass man auch ohne Lesen, äh, Lesekenntnisse damit, äh, Dinge lernen konnte. Also, war eine sehr tolle Sache. Und, ähm, als die kommerziellen Hersteller gesehen haben, das ist ja eine total tolle Produktkategorie. Äh, warum machen wir das nicht auch? Da gab es denn relativ schnell danach die Netbooks, die, ähm, ähm, insofern natürlich mehr konnten, die auch deutlich teurer waren. Und, ähm, dieses One-Laptop-Per-Child-Projekt, das war darauf ausgelegt, dass es 100 Dollar pro Gerät eigentlich bloß kosten sollte. Ähm, das Ziel haben sie, glaube ich, nie erreicht. Aber dadurch, dass jetzt die Großen angefangen haben, dem Konkurrenz zu machen, ist dieses Projekt irgendwann daran gescheitert. Also, es ließ sich halt nicht mehr umsetzen, weil die Nachfrage sehr schnell eingebrochen ist. Und, ja, von daher ist das Ganze irgendwie so ein bisschen versandet, jedenfalls auf der Hardware-Schiene, ne? Und, äh, ja, also, gute Ideen können scheitern auf, äh, durch sehr viele Gründe. Und, ja, hoffen wir mal, dass es bei der Raspberry Pi Foundation, die es auch weiterhin geben wird, ja, dass sowas dort nicht eintritt. Ja, hoffen wir es mal. Also, mir ist gerade wieder eingefallen, dass ja dieses, war das dieses Jahr oder was, noch letztes Jahr, eh so ein, so ein, so eine Aktion gebracht haben, die ich bis heute nicht verstanden habe. Irgendwie gerade bei, äh, den, den Ausläufern von, äh, Corona hieß es ja, bis 2025 wird es keinen Raspberry Pi 4-Nachfolger geben. Und war das Anfang diesen Jahres oder letzten Jahres noch? Ende letzten Jahres, wo dann mit einmal der Fünfer rauskam, höher, schneller, weiter, alles tolle, alles besser, ihr braucht neue Netzteile. Und, äh, hier, äh, fand ich dann auch irgendwie, ähm, ja, da hat sich jemand selbst widersprochen. Und außer, dass der Hauptprozessor einfach mehr Wumms hatte, ähm, äh, sehe ich in dem Teil noch... Keinen Fortschritt, außer, dass wieder das Platinen-Layout geändert haben, dass da ganz viele Gehäuse nicht mehr passen, da freuen sich dann die Gehäusehersteller oder derjenige, der einen 3D-Drucker hat, jada, 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 jada. Ähm, ja. Weil ich krieg so ein Fünfer zum Beispiel nicht in mein, äh, Nass-Gehäuse rein, weil eben das Layout an Nass ist und, äh, das ist halt nun mal ein Aluminium-Gehäuse, das krieg ich nicht so einfach rausgefeilt. Also würde ich schon, aber machen wir mal nicht, das ist eine ziemliche Sauerei. Ähm, ähm, ja, also, äh, das hat jeglicher Logik bei mir wieder, äh, ja, wieder, äh, widersprochen, nicht widerstanden, widersprochen. Ähm, ähm, sagen selber, wird keinen Nachfolger geben und so kurze Zeit später, hier ist der Nachfolger. Ja. 20, 25, jetzt schon, 20, das letztes Jahr war, 20, 23, äh, das ist ja nicht das erste Mal, dass die sowas machen. Mhm. Also, äh, wieder unter, ähm, geldtechnischem Aspekt mag es ja sogar sinnvoll sein, du hast die Lager noch voll mit den Dingern, du willst möglichst viel von dem Zeug noch loswerden. Ja, und wenn du denn sagst, im halben Jahr gibt es das deutlich bessere Produkt, wirst du wahrscheinlich eher weniger Einheiten von diesem Produkt absetzen können, weil die meisten ja darauf spekulieren, naja, gut, dann warten wir nochmal ab, was das Neue kann. Und vielleicht will ich den alten Müll ja gar nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass da solche Sachen auch mit berücksichtigt werden. Ja, das wäre aber dann sehr perfide. Wie gesagt, das war den Ausläufen von Corona, da war ja eh Chipmangel. Da waren die Dinger eh schlecht zu bekommen. Die waren ja bis letztes Jahr schlecht zu bekommen. Aber vielleicht haben sie dann irgendwie gerade nochmal so einen Schwung aus der Fabrik rausgekriegt und der musste denn noch, oder? Ja, da bräuchten wir jetzt Insiderwissen, das ist jetzt alles mit sehr heißer Nahrung. Schreibt das doch mal in einen Kommentar rein, wenn ihr Insiderinformationen habt. Ich warte auf den Neuen, der Alte wird dann günstiger, also den Sechser. Ja. Der kommt garantiert nicht vor 2028, also nächstes Jahr. Ja. Wenn wir das System dann weiterführen, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich habe mich dann so ein bisschen beschissen gefühlt als Endverbraucher. Genauso, wo ich mich bei Microsoft beschissen gefühlt habe. Mit Windows 10 ist das letzte Windows, das wir jemals rausbringen. Und kurz darauf gibt es Windows 11. Naja. Und nächstes Jahr ist Windows 10 aus dem Support-Site-Raum raus. Will mich jetzt nicht irre. Da wird es dann auch wieder interessant. Also, tut, was ich sage, nicht, was ich tue. Da sind wir wieder an dem Punkt. Das ist interessant. Aber wenn wir es mal nicht so weit ausführen. Wir wollten ja ein kurzes, schnelles Thema. Ja, genau. Ja, man kann es episch ausbreiten, aber das wollen wir gar nicht. So, dann. Werbeblock haben wir gemacht. Haben wir noch abschließende Worte? Abschließende Worte, wie immer. Danke fürs dabei gewesen sein an dich, Hauke. An jeden gerade, der dabei ist auf YouTube. Oder auf Twitch. Oder auch auf linusgates.de slash live. Und an alle, die das dann später nochmal bei Spotify hören. Oder sich dann nochmal bei dir auf dem Kanal ansehen. Oder eben auf dem Tux-Tage-Kanal. In dem Sinne, war schön mit euch. Wir können jetzt alle wieder für uns einzeln weiterschwitzen. Ja. Wir sind ja immer noch im Sommer. Das stimmt. Aber ich habe den Ventilator wieder rausgekramt. Und es wurde mir mehrfach bestätigt, dass man ihn einfach nicht hört. Das ist total super. Ich mache es anders. Ich tue mich zum Podcast hinstellen, damit ich einfach nicht an dem Kunstleder von dem Stuhl fest schwitze. Währenddessen. Das ist eigentlich der Sinn der Kurbel. Das war zum Start. So haben wir halt alle unsere kleinen Tricks. Genau. Ja. In dem Sinne, danke. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Danke auch. Guckt das irgendwie oder hört es nach. Und ja. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.